Der Render-Token ist ein Krypto-Projekt von ganz besonderer Klasse, einzigartig in dem, was er bietet. Wenn man so etwas frühzeitig entdeckt, kann das verdammt profitabel sein. Und genau das wollen wir uns jetzt angucken. Ja, herzlich willkommen hier bei der Real Values Society. Wir zeigen euch, wie man mit Krypto echte Werte schafft. Und heute zeige ich euch die Render-Story. Das ist eine extrem spannende Sache, ein Projekt, ein Token, was wirklich viel Potenzial hat. Und da geht es um so viele spannende Dinge, die aktuell in den Medien sind. Da geht es um Metaverse, da geht es um Medien, da geht es um Web3. Also unbedingt dranbleiben, weil erstmal zeige ich euch, worum es da geht, warum das ein Megatrend ist, dann was der Coin kann. Und dann gucken wir natürlich auch noch auf das Potenzial und den Kurs. Wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, erfahrt ihr also alles, was ihr wissen müsst. Dann vielleicht noch als kleine Ergänzung natürlich, das ist keine Finanzberatung, sondern das ist am Ende Infotainment. Macht immer euren eigenen Research und jetzt wollen wir gleich mal loslegen. Die Render-Story und die geht eine Weile schon zurück, nämlich in das Jahr 2016. Da hat der Gründer von Render, Jules Oerbach, dieses Video aufgenommen, Rendering the Metaverse. So, was hat das jetzt miteinander zu tun? Metaverse, könnt ihr euch auf YouTube übrigens angucken, dieses Video verlinken wir unten auch mal. Aber Metaverse ist ja ein großes Thema und da steigt Render mit ein, weil was macht Render? Render stellt Rechenleistung bereit, um virtuelle Umgebungen wie eben zum Beispiel Metaverses oder auch Spiele, Filme, Animationen zu rendern, also auszurechnen, Pixel für Pixel. Das ist eine ganz, ganz große Story, warum das so ist. Da kommen wir später noch drauf, wie das genau funktioniert bei Render, darüber reden wir auch gleich. Die große Sache, wenn man Metaverse sagt, dann denkt ihr natürlich alle an das hier, an diese Nachricht. Zuckerberg hat gesagt, Facebook will nicht mehr Facebook heißen, sondern Meta. Und warum ist das so ein großes Ding? Weil der auch erkannt hat, dass das ein Riesenthema für die Zukunft sein wird. Aber nicht nur soziale Netzwerke, sondern eben auch Spiele, virtuelle Umgebungen für Meetings, für Treffen unter Freunden von mir aus. Aber auch ganze Landschaften wie Sandbox oder Decentraland, was auch zwei Krypto-Assets natürlich sind, bieten die Möglichkeit, dort quasi in einer virtuellen Realität digitale Assets zu besetzen, Dinge zu tun, in andere Gestalten zu schlüpfen und so. Das heißt, es ist ein unglaublich großes Thema und all das hat mit Rändern zu tun, weil das ist alles Grafik und ohne die auszurändern gibt es das nicht. Und das ist das Spannende. Und zwar, wenn man jetzt sieht, dass dieses ganze Thema massiv wachsen wird. Dafür haben wir eine sehr spannende Studie. Hier zeigt diese zwei Zahlen, das ist noch vom letzten Jahr 2020, der Wert dieses Metaverse. Ins Summe von allen Metaverses gesprochen auf 47,6 Milliarden US-Dollar. Das Spannendere ist aber hier rechts zu sehen, habe ich auch mal rot gerahmt, nämlich diese Wachstumszahl. 43,3 Prozent CAGR, das heißt Compounded Average Growth Rate, also Zinsesverzinte Wachstumsrate Jahr für Jahr und das ist enorm. Und wenn das so weitergeht und davon gehen die aus von Emerging Research, da haben wir das nämlich auch her, die sagen dann für 28, also in weniger als sieben Jahren, einen Wert dieses ganzen Metaverse Markets vom über 800 Milliarden US-Dollar voraus. Das ist gigantisch. Und da dockt Render an, weil Render einen ganz essentiellen Peil beiträgt. Und da sind wir jetzt wieder zurück bei dem Token. Und was macht eigentlich Render? Und damit ihr da eine Vorstellung kriegt, können wir einfach nochmal gucken, was die auch auf ihrer Webseite und auf ihrem Wissenspool, den sie da haben, zeigen. Nämlich zum Beispiel das, wo kann überall gerendert werden? Wo wird also überall digital, wo werden Assets digital aufbereitet und entsprechend fit gemacht? Das sind Filme, das sind aber auch zum Beispiel Virtual Reality oder Augmented Reality Dinge, die vor allen Dingen natürlich auch in Spielen stattfinden. Aber die können genauso in der Medizintechnik oder Industrie benutzt werden, wenn man zum Beispiel mal so eine Turbine von innen begehen will oder mal so eine Halsschlagader lang wandern möchte virtuell. Das sind alles Sachen, das muss alles gerechnet und gerendert werden. Genauso wie Serien auf Netflix oder eben das Metaverse von Facebook oder anderen Metaverses. Das heißt, es ist ein enormer Bedarf für dieses Ding und Render kann das leisten, weil, was macht Render? Es stellt im Grunde eine Web 3.0-Lösung bereit, ein dezentrales Netzwerk, wo es jemanden gibt, der hier links einen Render-Job, möchte halt eine virtuelle Umgebung gerendert haben zum Beispiel, bestellt, nachfragt, damit mit dem Token vom Render bezahlt. Und innerhalb des Netzwerks irgendwo auf der Welt können Leute sich reinhängen und diesen Job erledigen mit ihrer Rechenleistung. Das könntet ihr sein, wenn ihr einen Laptop habt und möchtet den bereitstellen oder das können große Agenturen sein oder ganze Rechenzentren. Also von bis, es kann dezentral von verschiedenen Seiten eben so ein Job ausgerechnet werden. Und das ist natürlich extrem spannend, weil damit ist es eben so, dass virtuell verschiedene Kraftzentren zusammenwirken, um eben diese Rechenleistung zu bringen. Und wenn wir davon ausgehen, dass dieses Wachstum, was da prognostiziert wird, nur annähernd reinlädt, dann wird es ein Megathema sein. Und dafür bietet Render eben eine Lösung koordiniert und ausbezahlt über die Blockchain. Und das ist richtig gut. Und damit wir da im Thema bleiben, was passiert, da steht noch Ethereum. Nun wissen viele mit den Ethereum Gas-Fees und der Geschwindigkeit sind wir nicht so zufrieden. Und ob Ethereum 2.0 kommt, weiß keiner. Deshalb eine gute Nachricht, Render goes Solana. Jetzt kürzlich große Solana-Konferenz in Lissabon gewesen. Da hat der Jules Erbach, der Render-Chef, vor einer Riesenbühne gesprochen, wurde auch von den Solana-Gründern in höchst Tönen gelobt. Hier ein aktueller Tweet dazu. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil auch gewesen des Erfolgs von Render, was jetzt in den letzten Tagen zu beobachten war. Und damit gehen wir auch mal und gucken auf die Tokenomics, beziehungsweise auf den Chart, weil wir wollen natürlich ein bisschen ergründen. Lohnt sich das auch mal perspektivisch? So, here we go. Render aktuell, im Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, bei 4,25 Euro im Kurs. Marktkapitalisierung, das ist spannend. Hier unten in rot eingekästelt 645 Milliarden Euro. Das bedeutet, er ist aktuell zu dem Zeitpunkt auf Platz 154 aller gelisteten Kryptos. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn man das vor allem mal ins Verhältnis setzt. Deshalb gucken wir uns mal an, was haben denn andere Metaverse-Tokens? Also, das liegt nahe, die als Vergleich zu nehmen, auch wenn die Render ja selbst kein Metaverse bereitstellt, aber eben im Grunde die Leistung bringt, Metaverse-Rechenleistung zum Beispiel und darüber hinaus. Gucken wir uns also mal an, Decentraland. Kennt ihr vielleicht Mana? Na, 3,9 Milliarden oder 3.900 Millionen aktuell, Market Cap und Sandbox, der zweitgrößte mit 2,6 Milliarden, entsprechend 2.600 Millionen. Wenn jetzt Render zu denen aufschließen würde, einfach nur mal angenommen, das sind vergleichbare Ziele, sind im ähnlichen Bereich, dann würde das bei Decentraland vom jetzigen Renderkurs für Render ein 6x bedeuten und bei Sandbox, wenn man da auf Augenhöhe käme, von der Marketkapitalisierung ein 4x. So, das klingt ja erstmal nach sportlichen Zielen, aber ich zeige euch mal, was Render nämlich jetzt zuletzt gemacht hat und welche Kursperspektiven es da noch gibt, denn die sind durchaus erstaunlich und Render hat wirklich schon richtig vorgelegt. Mal gucken, wie es da weitergehen kann. So, hier sind wir beim Render-Chart mal auf Tagesbasis, seit der Token im April auf Kukol gelistet wurde, hier in US-Tether dargestellt und da sieht man, im April hatte er schon mal einen Hoch bei 2,68 US-Tether und jetzt sieht man halt an Beginn November, dann vor allen Dingen mit dieser Solana-Ankündigung auch, ist Render massiv hochgegangen. Das sieht natürlich in dem Langzeit-Chart geradezu dramatisch aus. Wir gehen mal ein bisschen in die Nahbetrachtung. Auch da sieht es gut aus, aber nicht mehr ganz so brutal und man sieht halt hier so ab Anfang November ist es gestiegen, dann vor allen Dingen so um den 8., 9., 10. November ging es richtig los. Da sieht man auch so eine Trendlinie, an der sich bisher orientiert und jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wir hatten gerade jetzt am 16. November gab es einen kleinen Rücksetzer, Bitcoin mal 8% runtergekommen, viele Altcoins runtergekommen. Render hat auch gezuckt, aber ihr seht, der ist jetzt fast schon wieder auf gleichem Niveau. Vorher zeigt große Stärke und die Indikatoren unten zeigen auch noch ein bisschen Luft. Aber man muss natürlich sagen, der ist jetzt schon gut gelaufen, deshalb immer Vorsicht, wenn man mit solchen Kursen experimentiert und überlegt, ob man da einsteigt. Jetzt gerade ist er natürlich wirklich ganz schön stark angestiegen. Das kann weitergehen, aber es kann auch sein, dass er jetzt korrigiert. Wollen wir mal gucken, aber was wäre denn eine denkbare Variante für ein Kursziel? Da gucken wir mal auf diesem Chart, der schmeißt die sogenannten Fibonacci Extensions mal rein. Das sind statistische Kursziele aus den vorangegangenen Anstiegen, entsprechende Kursentwicklungen berechnet. Und diese Fibonacci Extensions haben verschiedene Level, ähnlich wie beim Rücksetzer von Kursen auch. Will ich jetzt hier nicht im Detail ausführen. Spannend sind die Zahlen, die dort stehen, nämlich, dass das 0,61,8 da ist, immer so ein sehr wichtiges Ziel. Da käme er dann bei ungefähr 6,19, 6,13, 9 raus in US-Tether, also bei über 6 Dollar. Oder wenn er auf die 1 geht, dann steht ihr da eine kleine 7,53, also über 7,50 Dollar. Das sind schon stolze Kursziele, aber ihr seht, was dieser Token zuletzt geschafft hat. Insofern, das kann passieren. Das ist eine statistische Berechnung, die muss nicht stimmen, aber das ist in jedem Fall spannend. Und jetzt wollen wir ein kleines Fazit ziehen, weil dieses Projekt finden wir sehr, sehr spannend. Ich persönlich sehe da ein großes Potenzial, auch wenn vielleicht nicht für den aktuellen Moment. Insofern auch einfach kleiner Disclaimer. Ich persönlich bin jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, nicht investiert in diesem Token, aber ich beobachte ihn sehr, sehr genau. Gucken wir mal auf die Auswertung. Pro und Contra. Render. Es gibt natürlich ein paar Punkte, die ganz klar für dieses Token sprechen und hier haben wir sie zusammengefasst. Ein glasklarer Super-Use-Case, eine wirklich funktionierende Web3-Lösung, die eben schon arbeitet, die jetzt schon Nutzen stiftet für einen massiven Wachstumsmarkt. Das ganze Thema Video-Rendering, Animationsgrafiken und natürlich Metaverse enorm wichtig. Und nicht zuletzt das Thema Solana-Ecosystem, was ohnehin einen guten Move aktuell hat. Das sind aktuell ganz klare Pro-Argumente, die alle von der Fundamentalseite kommen. Und das halte ich immer für wichtiger und gewichtiger als Sachen, die jetzt rein von der Charttechnik kämen. Bei Contra haben wir dann eben auch als erstes genau diesen Punkt. Der ist jetzt zuletzt sehr stark gestiegen. Muss kein Argument sein. Was steigt, kann weiter steigen. Aber es ist natürlich immer leichter zu sagen, man geht in einen Coin, der erstmal sanft seitwärts gelaufen ist, als einen, der jetzt schon mal 4X gemacht hat. Ja, und auch die Bekanntheit bei institutionellen Anlegern ist bei dem Render-Token, bei RNDR noch ausbaufähig. Aber das ändert sich mit Sicherheit in Kürze. Vor allen Dingen, wo er jetzt doch auch in die Top 150 fast aller Coins schon reingekommen ist. Ja, soviel also zur Einschätzung zum Render-Token. Ich persönlich finde es hochspannend, ein wirklich toller Use-Case. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das für euch Mehrwert gebracht hat, dann gebt doch bitte diesem Video ein Like. Das hilft unserer Arbeit. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das, holt das nach. Denn wir bringen hier immer wieder spannende Videos zu Krypto-Investitionen und Krypto-Chancen. Alles klar. Bleibt der Blockchain treu und trade it safe. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.